Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu DIRHUNTER 2014 So, in der letzten Folge haben wir ja erfahren, dass wir ähm, noch knapp 20 um, ähm, meine Waffe zu abbringen und auf eine Jagd zu gehen, damit ich die Päten endlich mal abschließen kann So, jetzt muss ich zwei Vögel abschließen, äh, zwei Enten abschließen Vielleicht haus ich mal Das File fail Doch, er sagt, jetzt noch einer 100 fliegt 221 Aufstieg von 7 auf 8 Ich hab' ich auch fast Und jetzt aber So, wenn selbst das geht So Wenn ich ganz zurückgegangen Ich kann die Haken gehen Ich krieg' auch über zwei Energie abgezogen und dann ja immer ewig die Energie aufgefüllt wird Aber Der Prinz des Waldes ist wie ein Adliger und den Wald darin, der Baumkronen Tippel, um fortzufahren Waldbrenn Erledige Waldbrenn mit Herz 1550 1.500 Belohnung 3 5 6 6 5 6 Komm, der ist noch angewackelt oder was? Ich will nicht so jetzt veratmen. Hä? Oh hey alter warum gibt es auch nicht war das da oben oder was war und wieder gehen zwei flöten in die gewalt bringt mit herz das ist doch scheiße so ist auch immer von oben runter laufen sehen so 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 Gibt's so nett. Mit dem habe ich kein Infrarot, mit dem habe ich das gar nicht ausprobieren. Da. Alter, nee. Und dann. Energielevel. Aufstieg. Ich erhalte eine Münze. Oh, mein Energie. Find ich grad richtig cool. Wenn du dieses gremige Beast-Test ist, ist es bereits zu spät. Die Töne sich vor dem heulenden Tod. Und der. Ich muss als nächstes dran glauben. Jetzt habe ich erst mal 2000 gekriegt. Das kann ich mal die 22 maximal Zoom erforderlich. Das kann ich als upgraden. So. Ich warte jetzt, da versuche ich das Geld mit auf. 85% Abweichung. Boah ey, ist das ein Scheiß. 119 Stärke. So. Boah, jetzt bin ich wieder ganz zurück. Ich habe hier zwar langsam ein richtig starkes Gewehr. Muss ich jagen gehen. Vier, vier Prabfen. Vier, vierfrasse. Cha атosphine. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich triff ja gar nichts. Ist das peinlich? Ich triff ja gar nichts. Oh mein Gott. Na, wenn es jemand beziehen geht. Oh mein Aufrichtung ist angekommen wie ausrüsten. Okay. Das ist richtig geil aus meiner Waffe. Wenn ich überlege, was ich vorher so hatte. Okay, dann verabschiede ich mich mal für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.